Zu meiner Leidenschaft fürs Bobfahren bin ich dadurch gekommen, dass mein Vater früher auch schon Bob-Sportler war. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, Nils, das musst du auch mal ausprobieren. Die grosse Faszination am Bobfahren ist für mich das Adrenalin, das durch den Körper schiesst, mit 140 km St. Marie das Bobbahn durch Abfahrt und die vielen Komponenten, die mitspielen, das Material muss stimmen, das Start muss stimmen und dann auch das Fahrerische in der Bahn, um ganz vorne mitspielen. Im Sommer bereiten wir uns vor allem auf den Winter vor. Dort geht es um Krafttraining, Sprinttraining, Anschiebtraining und im Winter probieren wir so viel Zeit wie möglich auf dem Eis zu verbringen, in den Eiskanälen, dort an unserem Fahrerischen können zu arbeiten. Die Ziele in den nächsten paar Jahren sind sicher, mich in Europa zu etablieren und nachher den Schritt in den Weltcup zu arbeiten und langfristig möchte ich an Olympia. Das ist glaube ich der Traum von jedem Wintersportler, wer weiss, vielleicht in ein paar Jahren sogar in der Schweiz. Mein Name ist Nils Reich, ich arbeite auf der AKB in Muri und ich bin Bobpilot vom Bobteam Reich. Ich habe mich über die Ziele in den Moment im Moment im Raum mit dem Moment im Raum. Vielen Dank.